16 Das ist ja Quatsch, was denn da immer. So, so ist okay. 20 Minuten und 211. Das ist ja Quatsch, was denn da immer. Das haben wir, das haben wir, das haben wir, so, Achterbahnchen. Verdrehte Stallachterbahn. Das war die. Jo. Was mit Bob? Bob ist auch immer sehr schön. Big Bob, Minibob. Aber das kommt natürlich leider nicht. Oh. Naja, aber jetzt kommt vor. Wollte schon sagen, da kann man hier überhaupt nicht an die Werte ran. Drei Stück brauchen wir auch. Und wenn ich hier so ein... Boah. Wie gesagt, würde mich schon mal interessieren, so ein Hammerteil zu bauen, ne? Ich schwöre. Einfach mal so. Wo ist denn mein Maus? Achter. Ein paar Bäume. Ein paar Bäume wegmachen. Ach, da ist schon Ende. Ende im Gelände. Aha. Dieser Baum gehört Ihnen nicht. Fassen Sie seine Wurzeln nicht an. So. Wie gesagt, der freie Pfeil produziert ja auch schön. Schön Geld. Denn die normalen Bobs hier, Big Bob und Minibob, die haben ja nicht die Werte. Also musst du schon was Extravagantes bauen, was dann dementsprechend kostet. Meine Minibob finde ich schon interessant gemacht. Und das hier scheint ja doch noch eine Nummer größer zu sein. Bei Minibob ist für mich gar nicht sowieso Mini, wie es sich vom Namen her anhört. So du. Halt. Richtig Platz machen mit Bäumchen. Das täuscht aber wirklich dadurch, dass der Rand so gezackt ist und nicht gerade die Umrandung. das ist ja auch nicht. Dann kann man sich schon mal vertun. Dann kann man sich schon mal vertun. Die sollte doch solche Werte haben. Die sollte doch solche Werte haben. Das ist ja auch nicht. Wir brauchen da oben. Passen wir hier überhaupt rein. Und so. Und wenn ich dich drehe. So. Dreh ich dich im Tor. Guck mal wie schön. Ach da hängt der hier auch schon drinnen. Selbst die Bäume sind ja noch nicht weit genug weg. Das ist schon ein ganz schönes Teil. Und wenn ich dich nochmal drehe. So. Wenn ich dich. Braucht nicht. Du bist ja ein verwöhntes Kerlchen. Wie soll ich dich denn hier mitten. Ich kann dich doch hier nicht mitten in die Dings bauen. So. Also die Bäume auch noch weg. So. 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 . So. So. Jedenfalls freut sich die Streichholz-Schnitzerbude wieder, dass sie so schön Nachschub kriegen an Rohmaterial. Ich weiß noch, Oma Kosmich arbeitet jetzt da. Kosmich ist ihr Spitzname bei den Streichholz-Arbeit. Ja, die oportunidad, die liegt, macht man nicht, weil ich denke, ist irgendwas passiert. Das wäre schön, wenn ich Dich hier hin hätte, eine Seite erst einmal. nicht ganz den platz da versperrst das ist möglich ich will ja sehen wie aus siehst so guck mal das ist doch schön oder du lass dich doch mal dahin bauen warum nicht und so guck mal so so hängt er wieder in bäumen da weiß dann wieder nicht bescheid ob ob oder ob nicht ob oder vielleicht doch nicht oder ob nicht oder vielleicht doch die gehörte parken ist mir das scheißegal ich war zuerst hier warum kann er dich bauen was willst du was willst du von mir wieviel tonnen erdreich soll ich dennoch bewegen deinetwegen aber der ist schon irre so jetzt reicht es um 5 30 5 5 ja klar blümchen oder wird immer schlimmer das ganze mitte voll und wurde eigentlich das weiß kein mensch auch da krieg ich dich denn dahin da muss auch noch so wenn es sowieso nicht bauen kannst warum zeigst es denn überhaupt das ist ja schrecklich nur gucken nicht anfassen oder was das hat sich viel fest erst mal was erst mal was trinken da rennt schon wieder oder immer noch du sollst aber die sache ist ja wie lange bleibt da oben hilfskraft 13 war jetzt mal gucken wenn der ständig abstürzt dann hat er vielleicht einen programm fehler dann müssen wir den mal lieber entlassen nachher wenn der wieder das geht denn die sind ja fegen oder die möchten ja bitte fegen dafür kriegen sie erst geld wenn die ständig durch die gländer fallen oder oder saufen die heimlich dass die sich gar nicht mehr so richtig unter kontrolle haben dann mal so seitlich so oder meister abrutschen und dann den berg runter murmeln und dann sind so besoffene kommen sie berg hier nicht mehr hoch da ist klar da möchte ich auch nicht besoffen runter fallen und wieder hoch müssen 6 10 ist ja nicht viel 47 das ist ja das ist ja meine ansage hier ich mache gucken was ist das denn so möchte ich natürlich bitten so wenn du so groß wie so ein wollknäuel darum rennst auf gerade fläche kann jeder bauen ok ich kann nicht mein ganzes ding sind nur verplempern flüpp 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 hier tut sowieso nichts und hier drüben soll ich dich mal ein bisschen drehen andersrum so dass wir da wenigstens noch ein bisschen mit reinpasst da ist ja nicht passt ja der passt ja nicht rein da ist ja das scheiße so das kann ja nicht gebaut werden das ist nur zum angucken ach noch nicht mal zum angucken wir können es ja stimmt ja wir können es ja nicht mal sehen das ist ja süß 670 es müsste ja 670 steht da es müsste reichen was ist das denn überhaupt für ein ding ach der ist das ok und wie heißt du wie heißt das ding denn ahhh senkrecht Achterbahn senkrecht Achterbahn ok als 8 8 das ding ist das doch den haben wir doch gestern beziehungsweise beim vorigen Park habe ich den noch gebaut ja aber dadurch dass da nur Nummern dran stehen weiß ich natürlich nicht senkrecht Achterbahn ach jetzt die Nummer weg bist du die Nummer kann sein ne das ist der das ist die ich glaube das ist die ich glaube das ist die uuuhh 2004 670 670 670 ach so die steht ja schon da ok verschmutzte fußwege mamma mia und jetzt muss ich erst mal das ding anschließen das ist das ist das ist Untertitelung des ZDF, 2020 16 Und das ist 20 20 So, 20 Test Ach doch, drei Züge hatte ich gestern auch, ja Ich fahre aber schnell hintereinander los, hör Tja Ah, die werden schon noch kommen. So, Nummer 8. So, Bob. Achso, einen Bob haben wir immer noch nicht. Komm, lass uns einen Bob suchen, schönen Bob. 6,30, der ist doch übrig. Der Bob ist doch gut, würde ich mal sagen. Manometer, was willst du denn haben? Hier. Hm. Nein. Vielen Dank.